Musik Ich bin der Herr Polz, der Vorsitzende des Vereins C-Fly-Exoten-Züchter Werder-Haffel, wo diese Ausstellung hier in Werder jährlich durchgeführt wird. Unser Verein ist ein langwieriger Verein, der 38 Jahre existiert und ich selber auch mitgründungsmitglied bin. Und diese Ausstellung zeigt dir ca. 400 Sittiche und Papageien. Und diese Ausstellung ist ein langwieriger Verein. Und diese Ausstellung ist ein langwieriger Verein. Und diese Ausstellung ist ein langwieriger Verein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017